so heute wieder live aus frankenberg an der eda in nordhessen ein schöner spaziergang wie es aussieht geht man heute einen anderen weg als sonst die polizei hatte zwar gerade einen weg vorgegeben aber das ist ja keine angemeldete veranstaltungen also kann man ja hinlaufen wo man möchte von Untertitelung des ZDF, 2020 Das macht die Position, ne? Ja. Ja. Ja, also auch heute regelt die Polizei den Verkehr nicht. Und die stehen einfach irgendwo rum. Die Autofahrer, man sieht man ja, wissen nicht so recht wo sie lang sollen. Aufgabe der Polizei sollte es doch eigentlich auch sein, den Verkehr zu regeln. Aber das nimmt man hier in Frankenberg an der Eder anscheinend nicht so ernst, den Verkehr zu regeln. Ja, hier wird einfach wild im Meer gefahren. Die Maske auch nicht richtig an im Auto. Auch kein Blaulicht, damit die anderen Autofahrer vielleicht mal kennen könnten, dass hier irgendetwas ist. Ja. Nein. Ja. 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 Ja, selbst in so einem kleinen Städtchen wie hier gibt es Provokateure. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.